Ja, nun, das Glas, das ist halb leer und, äh, das ist eigentlich fast leer, wird nicht fast leer sein. Aber unser Ziel ist es halt, dieses Glas wiederholen aufzuschönen, das wir hier haben, und, ja, was dazu zu sagen. Hey, du, du siehst aus, hilfreilicher Zeitgenosse. Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Da hat er sich bereit gemacht und schliff genüsslich unser kostbares Edelwasser so in sich hinein. Also tu doch bitte etwas. Ja, okay. Das Edelwasser, das müssen wir retten und das müssen wir befreien. Oh, ich dachte, dumm war's. Oh, 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 oh. Oh, sagt mir. Na ja, ein bisschen was wir tun. Ich würde jetzt anliegen. So, so. So, wenn wir die Aufkasse, dann flächeln wir auch irgendwas hier, was wir hier anbieten. Schauen wir mal. Ihr habt jetzt Angst. Aber warte mal, lass mir doch wirklich was anbieten. Hier können wir nochmal ein paar Nutzen raus. So. Ich weiß auch nicht, wie wirklich ein Glück ist. Wirklich alles? Wir haben einfach nur die Sachen. Ja, also angehören wir hier nur aufpassen, dass der nicht irgendwie irgendwo doch irgendwie Schaden bekommen würde. Ich wollte mir den Mohn da drin schnappen, aber es ist zu gefährlich. Und ich bin leider viel zu langsam. Na gut, dann schnappen wir den Mohn. Das machen wir uns. Es gibt schwierig Dinge. Oh, das macht immer so etwas. Es gibt schließlich Dinge. Oh. Wir haben jetzt den Mohnstack mal. Ja, ja. Da sind die Bände. Oh. Ich glaube, ich sollte das überall mit dem Kunden sein. naja Oh! Weitere Münze. Da oben. Dann nochmal durch. Und tada! Das ist tatsächlich so. Aber irgendwas sehe ich am Sam. Hm. Warte. Doch. Schnell! Go! Aber das Siegel! Inner Schluss. Das haben wir erledigt. Sehr schön. Und damit habe ich auch das Teil hier nochmal so freigeschaltet. So. Das bringt uns ja gleich. Wenn ich die Beine bis dahin bin. Oh, ey. Ich möchte die vier Konten nur widersprüchen lassen. Wenn ich gebe das köstliche Wille Edelwasser nicht kampflos her. Hey! Oh! Nach drei weiteren Konten! Weiter geht's! Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, das ist wirklich so. Und das ganze eigentliche. Was sagen wir, ist sogar fünf Jahre her, ne. Fünf Jahre. Oder soll man auch sehen da oben. Dann kommt wahrscheinlich auch die... Ähm. Die Wiblen raus, oder so. ist durchaus möglich so 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 wow so so well Ja, ja. Naja, wie gehen wir doch hin? Kann hier? Um den Wall Street zu kommen. So, da haben wir ja alle. Dann kann ja unsere Heise einmal losgehen. Schau doch mal! Und? Spuck den Mond auf! Dankeschön! Manche am Strand! Manche! So. Ich bin hier oben, wenn das Loch irgendwie drin ist. Ich bin hier oben, wenn das Loch irgendwie drin ist. Okay. Aber nö. Okay. Aber wenigstens habe ich da noch einmal nachgeschrieben, ne? Ich bin hier keine behauptung. So, dann bauen wir das mal an. Oh, ah! Mal weiter schauern. Habe ich die schon ausgelöst gehabt denn jetzt? Ich glaube ja. Naja. Besser doppelt. Als haben wir zu sehen. Hinten! 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 Das war ja hier die Geschichte mit dem... Madeo novel. Genau! Richtig! Hinten! Hinten! Oh, hier. Sonst ist das vamos home. Es ist okay. Na gut. Na gut. So, hier möchte ich Fisch werden, das wäre wohl einfacher dann. Hier waren wir ja schon gewesen. Haben wir ja schon geguckt. Und da kommen wir mit der Lüge von Mocken rein. Und hier werde ich jetzt zum Wachsen bringen, genau. Okay, willkommen auf Dord, ja. Neue Artikel habt ihr willkommen. Tatsächlich, Piraten-Umfeld. Oh mein Gott, das ziehen wir uns an. Das ziehen wir uns an. Ja, ja. So, danke schön. Danke, 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 danke. Und dann schnappen wir uns nach dem Mond hier. Sehr schön. Shopping am Flubberstrand. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Nein. Auch gut, dass es einfach so weggekattet wird. Das ist einfach so ein bisschen. Das ist ja auch. Wir brauchen noch ein paar. Dann haben wir wieder ein paar. So, wie das ist. Okay. Und dann hört das dann irgendwie auch schon wieder auf. Das könnte ich noch sagen. Okay, jetzt gibt's jetzt auch noch ein bisschen. So, endlich. Ich sehe noch so ein schönes Lächeln. Oh, jeez. Was? Das ist gut. Was ist das? Was ist das? Äh, jaja, das ist ja so schön. Ich hab' aber ja, ich hab' noch einen Zwangsölopf. So, okay. Eins, zwei, drei, vier. Das System, das kennen wir ja mittlerweile. Okay. Schatz am Ziefluss. Schatz am Ziefluss. Schnitt! In der Endigkeit gehen wir immer so vor. Z.K. Hier haben wir auch immer noch die ganze Screenshot Abteilung, wo wir die ganze Screenshot verfolgen wurden. So, jetzt... Oh... Ich sollte irgendwie auch nochmal irgendwo drum kümmern, ne? Wäre schon gar nicht so schnell. So, einmal rüber dann. Den haben wir schon gesammelt, genau, aber... Dennoch können wir hier noch rüber gehen, ne? Wenn man weiß, dann liegt es ja auch... Genau, so weiß ich nicht, wie wir hier sind. Komm, bitte! Dann muss der Wasser kommen, wo wir hier beurte. Dann schreibe ich noch mal hier bei dir. Nice. Never dead. And here. Okay. Okay. So. Okay, dann was der andere Asgard. Okay, dann was der andere Asgard. Okay. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Ich würde das auch alles anders genießen. Nee. Das ist aber auch immer noch ein Problem. Jo. Jo, alles klar. Okay. Aber wir müssen hier reden. Wir sind auch so lange mit mir. Okay. 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 Dann geht's hier gleich weiter, ne? Dann geht's hier gleich weiter, ne? Hier oben auf dem Leuchtturm. Und schon haben wir den... ...nächster Punkt. Das ist... ...das Siegel des Leuchtturms. Genau so sieht das aus. Ja, ja. Okay. Dann hau' wir auch die noch mal auf den Kopf. Damit ich mir mal richtig ärgerst. Und? Noch zwei Fontänen. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah. Jo, alles klar. Ja, ja. Ich weiß nicht, bitte. Das heißt, die Steinsäule haben wir auch erledigt. Hauen wir ihn da auch noch mal den Korken auf den Kopf. Ja, das ist das schöne Bauen, das ist hier. So. Und? Ja, ja, ja. Großart, ne? Nur Fieslinge kriegen solche Sachen ab. Nur die Fieslinge. Oh! 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 und dann gleich auch noch mal hier das Siegel befreien Achso, da ist auch schon die ganze Lava drauf weg Das ist auch so eine Lava-Schicht Hier gibt es Ich habe mir gedacht, dass ich es gar nicht So, 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 so Und da ist auch ein anderer Stock Und bevor wir unser Siegel Hier In den letzten Jahren Das ist erstmal nicht alles In diesem Sinne Das ist eine Schönheit Bis dahin Und Ciao Ist doch nur früh, aber ich weiß nicht wie lange der Kampf dahinter geht Deswegen Ja Ciao Wie ist denn das? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Wie ist denn das?